Wir wollten ein bisschen mit ihnen spielen, weil sie haben schon alles auf die leichte Schulter genommen. Folgendes. In 20 Minuten haben wir 400 Gäste. Das ist kein Scheiß. Echt? Nein. Abfahrt in 5 Minuten. Das war geil. Das Gesicht von Gerhard vergesse ich nie. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. 5 Minuten. Ich muss weiter. Ich hatte das Gefühl, dass da ein bisschen Power kam von ihm. Und der wieder so die Leidenschaft gemerkt hat, Mensch, das ist ja ganz toll, was ich hier mache.